Je mehr Zeit ihr mitbringt, desto stabilere Renditen sind am Aktienmarkt drin. Mit anderen Worten, desto geringer ist langfristig euer Risiko. Und deshalb heißt es für die Jüngeren, je früher ihr einsteigt, desto besser. Während sich die Älteren fragen, bin ich nicht eigentlich schon zu alt, um auf den ETF-Zug aufzuspringen? In diesem Video klären wir mal, ob man zu jung sein kann zum Insistieren, ob man irgendwann zu alt ist dazu und ob es denn das perfekte Alter für den Einstieg überhaupt gibt. Ich bin Saidi von Finanztip, viel Spaß bei diesem Video. Übrigens, bist du dir sicher, dass du bei deiner Steuererklärung wirklich nichts vergessen hast? Dass du wirklich weißt, was du alles absetzen kannst von der Steuer und dem Staat kein Geld schenkst? Wenn du dir da nicht sicher bist, dann schau mal heute in die Finanztip-App. Den Link hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Unser Thema mit dem perfekten Alter zum Investieren, das machen wir heute an vier Beispielen. Beispiel 1 ist die 17-jährige Lara, die halt noch nicht volljährig ist, aber trotzdem mit dem Investieren schon mal beginnen möchte. Beispiel 2 ist Laras Papa Bernd, der ist 50 und malt sich trotzdem am Aktienmarkt noch ganz gute Chancen aus. Beispiel 3 ist dann Laras Großtante Gabi, die ist schon 60 und hat so einige Zweifel, zumal sie ihre Immobilie noch abzahlt. Und Beispiel 4 ist Opa Ferdinand, der mit seinen 75 natürlich längst in Rente ist, für den aber das Investieren deshalb noch längst nicht gestorben ist. Also los geht's mit Beispiel 1 der 17-jährigen Lara, die mit ihren 17 eben auch schon verstanden hat, dass sie für ihren Vermögensaufbau für später am Aktienmarkt langfristig gute Chancen hat und da gerne so früh wie möglich beginnen möchte. Problem ist natürlich, dass sie nicht so wahnsinnig viel Geld hat, ein bisschen Taschengeld und ein paar Ersparnisse aus ihrem letzten Ferienjob. Also erste Frage ist, Lara ist ja noch 17, also minderjährig. Darf sie da eigentlich schon selbst investieren überhaupt? Naja, tatsächlich ein eigenes Depot darf sie erst mit Volljährigkeit, mit 18 haben. Aber sie kann ein Kinderdepot, das ihre Eltern für sie auf ihren Namen eröffnen und das geht dann mit ihrem 18. Geburtstag auch tatsächlich auf sie über. So kann sie schon mal loslegen. Wie das mit den Kinderdepots genau funktioniert, dazu haben wir folgendes Video hier oben schon mal gemacht. Also mal angenommen, ihre Eltern machen das und legen da vielleicht auch schon ein bisschen Geld für sie an. Und mit 18, da kann dann Lara selbst in das Depot auch was einbezahlen. Und wie viel sollte sie da jetzt reinsparen? Naja, zwischen 18 und 25, sagen wir mal, da stehen ja so einige neue Erfahrungen an. Ausbildung, Führerschein, Studium, womöglich ein eigenes Auto, die erste eigene Wohnung, also Umzug. Da kommt schon einiges zusammen und dafür ist das Geld dann natürlich auch in aller Regel knapp. Deshalb ist unser Tipp an euch natürlich, legt euch erstmal einen ordentlichen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto an. Das heißt mit den entsprechenden Rücklagen, wenn da bis 25 Euro Zukunft einfach noch ein bisschen ungewiss ist. Wollt ihr nochmal umziehen, geht die erste Beziehung vielleicht in die Brüche, wollt das Studium abbrechen und nochmal im Ausland neu anfangen, dafür solltet ihr einfach Rücklagen bilden und nicht darauf hoffen, dass über die kurze Zeit die Aktien, euer Aktien-ETF dann gerade gut steht, zufälligerweise. Also, schmeißt bitte nicht euer ganzes Geld direkt in den ETF rein und schon gar nicht in Kryptowährungen oder ähnliches, sondern vielleicht mit einem kleinen ETF-Sparplan anfangen und nebenher einen dicken Notgroschen ordentlich auf dem Tagesgeldkonto was aufbauen. Klein anzufangen kann sich aber gerade für junge Leute durchaus lohnen. Sagen wir mal, Lara hat so 50 Euro im Monat fürs langfristige Investieren übrig. Und 50 Euro, das muss ja auch kein Pappenstiel sein, vielleicht für den einen oder anderen Azubi. Und so Anfang oder Mitte 20, da könnt ihr dann euren ETF-Sparplan mit dem ersten richtigen Einkommen auch richtig erhöhen. Aber selbst wenn wir jetzt nur mal mit diesen 50 Euro ETF-Sparplan rechnen und Lara, die jetzt bis 30 mal durchhält und verändert, dann rechnen wir mit einer Jahresanlität von 7% pro Jahr, das war über längere Zeiträume, 15, 20 Jahre, historisch eben durchaus drin, dann könnten da im Depot mit 30 bei Lara so 11.000 Euro drin sein. Und wenn sie es schafft, so quasi normaler Inflationsausgleich, ihren Sparplan pro Jahr um 3% zu erhöhen, dann könnten es sogar 13.000 Euro sein. Übrigens lassen wir bei diesen ganzen Beispielen jetzt mal das ganze Thema Inflation und Steuern außen vor, denn es geht jetzt nur um den Vergleich und die Illustration. Klar, früh anfangen lohnt sich natürlich. Aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass 17, 20 oder auch 25 das optimal beste Alter zum Einstieg ins Investieren oder in ETFs sind. Auch mit 30 oder 40 kann man das natürlich gut machen. Es muss halt der Plan des Investierens zu eurer restlichen Planung, zu eurer Lebensplanung, Familienplanung und all dem gehören. Zum Beispiel zur Frage, ob ihr eine eigene Immobilie wollt. Und das bringt uns direkt zu Beispiel 2, nämlich zu Laras Papa, Bernd. Der ist wie gesagt 50 und hat sich tatsächlich durch seine Tochter zum ganzen Thema Investieren und die ETFs ein bisschen anstecken lassen. Er findet es ganz toll, dass seine Tochter sich damit beschäftigt. Und der ist jetzt in der Phase in seinem Leben, da hat er noch ordentlich Zeit bis zur Rente, nämlich 17 Jahre in aller Regel. Und natürlich hat er ein ziemlich hohes und stabiles Einkommen jetzt schon erreicht. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie Bernd sonst so aufgestellt ist. Insbesondere zahlt er noch eine Immobilie ab. Und deshalb kann er neben dem Geld, das er sonst für die Immobilie braucht, gerade mal 10.000 Euro in Anführungszeichen nur so noch fürs langfristige Investieren zur Seite legen. Und neben der Kreditrate an die Bank kann er noch 300 Euro im Monat für einen ETF-Sparplan locker machen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass Bernd und seine Frau, Laras Mutter, beide gut verdienen, beide flüssig sind. Da ist genug Rücklage für die Immobilie da. Und sie haben auch stabile Jobs, sodass sie damit rechnen können, die Immobilie rechtzeitig vor der Rente abzubezahlen. Und deshalb kann er es sich leisten, parallel zur Immobilie noch ETFs zu besparen. Wie das grundsätzlich aussieht, mit dem Plan neben dem Kredit auch noch ETFs zu haben, das haben wir in diesem Video mal behandelt. Also in dem Fall kann es sich Bernd eben leisten, die 10.000 Euro plus 300 Euro im Monat in einen ETF zu stecken. Und weil er eben auch noch ausreichend Zeit bis zur Rente hat, 17 Jahre, kann er da auch mit einer ordentlichen Rendite, hier angenommen, 7% pro Jahr kalkulieren. Und siehe da, da kommt mit 67 was raus, 147.000 Euro, die dann im Depot sind. Wie gesagt, vor Steuern und ohne Inflation gerechnet. Wenn wir jetzt mal annehmen würden, dass Bernd kein Geld auf der Seite hat, weil er zum Beispiel alles tatsächlich in sein Haus gesteckt hat, aber sich etwas mehr ETF-Sparplan leisten kann, zum Beispiel, weil das Haus zu großen Teilen schon abbezahlt ist, dann rechnen wir jetzt hier mal mit einem ETF-Sparplan von 500 Euro. Und auch dann, ohne die Einmalanlage, kommen über die 17 Jahre noch 192.000 Euro wieder raus. Wieder brutto vor Inflation. Heißt also, praktisch in keinem Fall ist Bernd zu alt zum Investieren. Aber auch für ihn gilt der Hinweis, mindestens drei Nettomonatsgelder auf dem Tagesgeld als Notgroschen, auch angesichts der gerade steigenden Energiepreise, das sollte mindestens noch drin sein, zusätzlich zum ETF-Depot. Wie sieht das jetzt bei unserem Beispiel Nummer 3, Laras Großtante Gabi aus? Die ist schon 60 und auch sie muss noch ihre Immobilie abbezahlen. Und sie sollte jetzt auf keinen Fall so planen, Geld in ETFs zu schieben, dass sie eben in sieben Jahren bei Renteneintritt mit 67 braucht. Denn sieben Jahre ist definitiv eine zu knappe Zeit, um mit einer positiven Entwicklung am Aktienmarkt zu rechnen. Es sollten schon eher halt 15 Jahre sein, also bis Gabi 75 ist. Aber wenn man jetzt mal von einer durchschnittlichen Lebenserwartung ausgeht, dann ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass Gabi mindestens 80 und vielleicht sogar auch 90 Jahre alt wird. Also kann sie auch guten gewisses Geld, das sie jetzt natürlich nicht braucht und auch erstmal länger nicht braucht, bis 75 anlegen. Gehen wir von einem ähnlichen Szenario wie bei Bernd aus, sagen wir, dass auch Gabi vielleicht zusammen mit ihrem Mann noch 10.000 Euro frei zur Verfügung hat, die sie nicht jetzt für ihre Immobilie braucht. Und trotzdem ist der Plan, die Immobilie rechtzeitig abzuzahlen, dadurch nicht gefährdet. Und neben der Kreditrate, da gehen vielleicht gerade mal noch 200 Euro ETF-Sparplan im Monat bei ihr. So, eben unter der Voraussetzung, dass sie dieses Geld definitiv erstmal bei Renteneintritt und auch in den nächsten Jahren danach nicht braucht, dann kommen da bis 75 bei wieder einer durchschnittlichen Rendite von 7% immerhin so rund 90.000 Euro raus. Jetzt vielleicht nicht ganz so üppig wie bei Bernd, weil sie eben nicht ganz so viel Zeit hatte, aber das hätte sich dann auch als spätere Altersvorsorge für den späteren Teil der Rente, könnte man sagen, durchaus wieder gelohnt. Wir rechnen für Gabi noch ein zweites Szenario durch und das dürfte viele von euch auch interessieren. Nämlich was ist, wenn Gabi gerade mit 60 ihre Immobilie fertig abbezahlt hat? Da fällt dann auf einmal von einem Monat auf den anderen die Kreditrate weg und da bleibt dann auf einmal ganz schön was übrig. Klar, da sollte sie noch an die Instandhaltung des Hauses denken, aber da ist dann locker bei ihrem ETF-Sparplan von 1.000 Euro im Monat drin. Den hält sie dann bis 67 über sieben Jahre durch und klar, mit der Rente geht er dann ordentlich nach unten, aber selbst da, mit freiem Alter, da kann man schon nochmal was zur Seite legen. Sagen wir, gehen wir von einem weiteren ETF-Sparplan oder dass sie den ETF-Sparplan mit 200 Euro im Monat bis 75 weiter fortführt. Wenn wir wieder mit der Einmalanlage am Anfang von 10.000 Euro rechnen, dann sorgt dieser hohe ETF-Sparplan am Anfang natürlich für einen gewaltigen Push, denn mit 75 beträgt der Depotwort, wieder Brutto, vorher Steuern, 123.000 Euro. Schöne Altersvorsorge, kann man dann in seinen späteren 70ern schon ordentlich was damit anfangen. Dass wir hier immer mit dieser Einmalanlage Startkapital von 10.000 Euro gerechnet haben, hat natürlich den Grund, je kürzer der ETF-Sparplan läuft, desto weniger Rendite kommt tatsächlich aus dem Sparplan selbst und desto wichtiger ist dieser Anfangspush durch eine Einmalanlage. Und das zeigt sich auch bei unserem letzten Beispiel, nämlich bei Opa Ferdinand, der schon 75 ist. Der redet tatsächlich mit seiner Enkeltochter, mit Lara darüber und ist ganz begeistert darüber, dass sie wiederum von den ETFs so begeistert ist. Ja, ganz früher hat er mal was mit Aktien gemacht, aber dieses Konzept der breiten Streuung, das hört sich schon eigentlich grundsätzlich sinnvoll an. Aber wirklich jetzt für ihn mit 75 ist er nicht längst zu alt dafür? Naja, für einen reinen Sparplan, für einen reinen ETF-Sparplan ist er tatsächlich zu alt. Denn er bringt einfach nicht mehr die 15 oder 20 Jahre Anlagehorizont für so einen Sparplan mit. Und außerdem will er von seinen monatlichen Einnahmen ja schließlich auch gut leben können jetzt im Alter. Andererseits kann es auch sein, dass er sich sagt, ach, ich habe ein bisschen Geld im Monat übrig und davon sollen meine Kinder und Enkel auch noch was haben. Also könnte er sich vielleicht doch einen ETF-Sparplan über 100 Euro im Monat vorstellen. Der müsste dann aber schon mindestens laufen, bis er 90 wird oder 90 geworden wäre. Dann wären da immerhin dann, wieder bei 7% Rendite pro Jahr, 31.000 Euro drin. Und wenn er wirklich 95 wird, sogar einen 50.000 Euro. Wenn Ferdinand jetzt aber vorzeitig verstirbt, dann muss halt Folgendes passieren, wenn das Geld vererbt wird, dass die entsprechend schon gekauften ETF-Anteile möglichst bei den Erben noch eine Zeit lang im Depot liegen bleiben, damit sie dann wirklich auch die 15, 20 Jahre voll machen, um ordentlich Rendite halbwegs sicher erzielen zu können. Eine Einmalanlage in einem so hohen Alter kann dann Sinn machen, wenn ihr in hohem Alter einfach viel Geld auf der Seite habt, weil ihr zum Beispiel eure Immobilie dann verkauft habt, nochmal eine Erbschaft gemacht habt oder Sonstiges, immer mit dem Hintergedanken, dass das Geld wahrscheinlich eher nicht mehr für euch selbst, sondern für eure Erben da ist. Also sagen wir mal, Opa Ferdinand hat jetzt 150.000 Euro, zum Beispiel durch den Verkauf einer Immobilie auf der Seite und es ist ihm besonders wichtig jetzt in der aktuellen Zeit, dass dieses Geld jetzt eben der Inflation nicht schutzlos ausgeliefert ist, sondern es langfristig auch noch gut angelegt ist, während er selbst tatsächlich auf dieses Geld nicht angewiesen ist. Opa Ferdinand könnte es aber auch anders machen. Sagen wir, er legt die 150.000 Euro eben in einem ETF an und entnimmt monatlich 500 Euro oder jährlich 6.000 Euro. Das sind 4%. Das ist so eine übliche Entnahmeregel und selbst, wenn ich jetzt mal einen ziemlich miesen Fall über die nächsten 15 Jahre am Aktienmarkt annehme, nämlich dass der Aktienmarkt da nur groben Inflationsausgleich von 2% pro Jahr annimmt, 2% nur über 15 Jahre, das ist schon ganz schön mies, dann bleiben Opa Ferdinand, wenn er mit 90 stirbt, immer noch 100.000 Euro, knapp 97.000 Euro übrig. Die kann er dann immer noch, zum Beispiel an Lara oder jemand anderen vererben. Also Fazit, das optimale Alter zum Einstieg in ETFs gibt es natürlich nicht. Viel wichtiger als das Alter ist, wie viel Vermögen, wie viel Einkommen ihr habt und wie viel vor allen Dingen Zeit euch noch bleibt, bis ihr das Geld hier was bekommt. Für eine Aktienanlage gilt immer die gleiche Regel, mindestens 15 Jahre und in einem Sparplan eher 15 bis 20 Jahre Zeit mitbringen. Und dabei gilt immer, je kürzer der ETF-Sparplan läuft, bedeutet natürlich in aller Regel, je älter ihr seid, desto eher lohnt es sich, am Anfang mal mit einem Startkapital, mit einer Einmalanlage eben loszulegen. Und auch gilt es, dass ihr, je älter ihr seid, auch wenn ihr im hohen Alter schon seid, wenn ihr Vermögen auf der Seite habt, das ihr schlichtweg nicht braucht, auf das ihr nicht angewiesen seid, das ihr also langfristig anlegen könnt, dann könnt ihr das durchaus machen, immer mit dem Hinterkopf, dass ihr damit wahrscheinlich euren Erben was Gutes tut. Jetzt könnte ich fragen, wann habt ihr denn mit dem Investieren angefangen? Aber eigentlich habe ich eine andere Frage. Habt ihr auch schon, wie Lara, eure ganze Familie mit der Investment-Idee angesteckt? Auch dazu freuen mich ein paar Kommentare unten bei YouTube. Ansonsten, wenn euch das Video weitergebracht hat, wie immer, lasst mir doch ein Like da, schaut bei unseren alten Videos rein und bis zum nächsten Mal. Euer Saidi.